Ich bin gerade noch frisch beim Training, wo mir eine Erkenntnis gekommen ist, eine Erkenntnis. Als der Schnee und das Eis bzw. der Frost war, waren die ganzen Brennnesseln natürlich nicht sonderlich begeistert davon. Die meisten sind daran kaputt gegangen und jetzt habe ich auch keine Brennnesseln mehr als Grünzeug und da habe ich etwas deutlich gemerkt. Als ich stattdessen nur so hellen Salat genommen habe und zwar ging es mir deutlich schlechter insgesamt. Ich war hyperaktiver wegen den ganzen Giftstoffen, die jetzt nicht mehr neutralisiert werden können, weil ich halt immer noch in Gifte und so weiter. Und ich habe im Training deutlich gemerkt, wie ich nicht mehr so durchpushen kann, wie ich vorher übersäuert war oder vorderkörper nicht mehr konnte. Ich habe es dann auch in den Knochen knacken gehört und so weiter beim Training, also nicht so richtig knacken, aber halt so, wenn man halt mit den Fingern knackt, vielleicht kennt ihr das so, hat sich das dann angehört, weil einfach die Mineralstoffe von einem eigenen Körper benutzt werden dafür. Also deswegen, Grünzeug ist eigentlich das aller, aller, allerwichtigste in jeder Ernährung. Ich bin gerade noch außer Atem vom Training. Dunkelgrünes Blattgemüse ist wirklich das aller, 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 allerwichtigste, weil die meisten einfach auch so voller Giftstoffe sind und ihr werdet keinen Spaß haben auf lange Sicht mit so einem Lifestyle oder allgemeinen Ernährungsumstellungen, wenn ihr nicht genug Blattgemüse drin habt. Was noch sehr wichtig ist, ist zum Beispiel Ausdauersport. Das kann auch sehr, 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 sehr viel helfen, um auch Gifte auszuleiten und den Körper auch fitter zu machen. Widerstandsfähiger auch gegen Gifte sozusagen, ob alt oder neu, also ob die Gifte schon im Körper sind oder ob man sich neu verlüftet. Ja, und dann wollte ich noch was sagen. Meine Versuch ist gerade ein bisschen sehr seltsam, aber ist mir egal. Es ist vor, ich glaube, zwei oder drei Tagen ein mega richtig fettes E-Book rausgekommen vom Rohkost-1x1. Und das ist richtig genial, muss ich sagen. Ich öffne mal kurz eine Textdatei. Da hatte ich mir noch schon was zu aufgeschrieben, genau. Also es waren 63, glaube ich, oder 61 Leute, die da mitgemacht haben. Und ich bin halt unter den Leuten mit einem Artikel. Also sind halt ganz viele Artikel von verschiedenen Leuten. Ihr werdet vielleicht auch am Titelbild dieses Videos sehen, wer alles dabei war. Ich kann es auch nochmal kurz einblenden. Und ja, das ist wirklich richtig genial. Und da kann ich euch nur motivieren, weil das gratis ist. Das klingt mir da so richtig krass genial, wie viel Arbeit da reingesteckt wurde. Und die Artikel habe ich mir alle durchgelesen. Manche halt ein bisschen überflogen, aber ich habe mir das meiste eigentlich wirklich durchgelesen. Und die allerallermeisten oder eigentlich alle Artikel. Und ich bin da wirklich ehrlich, die fand ich richtig genial. Und auch wenn ich einige Dinge halt natürlich schon wusste, oder die meisten eigentlich schon wusste, dann weiß ich, dass das für viele Menschen, sogar für jeden einzelnen Menschen, dass da irgendwas dabei ist, was er richtig krass gut verwenden kann. Das E-Bow wurde auch schon über 6000 Mal runterladen, habe ich mir sagen lassen. Und es wurde auch schon viel Feedback gegeben, wie das den Menschen wirklich sehr geholfen hat. Und mein Artikel war zum Saftfasten. Den kann ich natürlich auch sehr empfehlen, sage ich mal so. Ja, genau. Und um einen kleinen Vorgeschmack zu geben, ich mache das jetzt einfach mal, habe ich drei, oder ne, vier, vier kurze Auszüge aus je einem Artikel, sozusagen jeden Auszug, mir aufgeschrieben. Und zum Beispiel, ja, der erste Auszug ist von Stefan Hine, auch ist ein Ausbausportler. Und, ja, er will sich nicht als Rohkoster bezeichnen, aber ist die meiste Zeit, glaube ich, Rohkost. Und, ähm, isst auch nicht sehr viel. Und den finde ich für mich schon persönlich sehr inspirierend. Er macht das auch schon länger. Und ist auch richtig krass im Sport. Und, ja, die Überschrift von einem seiner Abschnitte lautete, motiviere dich nicht. Solange du dich für irgendetwas motivieren musst, hast du deine Spielwiese noch nicht gefunden. Such weiter. Such so lange, bis du dich nicht mehr motivieren musst und auch nicht mehr motiviert werden musst. Weil du konstant motiviert bist, Motivation kannst du nicht machen. Motivation kommt automatisch, wenn du die genannten Schritte gehst. Lass dir von niemandem etwas anderes erzählen, sie haben keine Ahnung, wovon sie reden. Das heißt also prinzipiell, du musst halt das finden, was dir Spaß macht. Sonst funktioniert es auf Dauer nicht, weil Motivation nicht aus dem Nichts geschaffen werden kann, grundsätzlich. Im Prinzip wird ja alles aus dem Nichts geschaffen, letztendlich, sag ich mal so. Das könnte jetzt auch noch eine philosophische Debatte sein. Aber die Motivation kommt halt wirklich automatisch, wenn man Spaß dabei hat. Zweite ist von Patrick von Deutschland ist vegan. Oft schon in meinem Leben war ich sehr enttäuscht, wenn ich mich für jemanden unheimlich bemüht habe, zu helfen, zu unterstützen und es kam kein Dank zurück. Irgendwann habe ich verstanden, dass ich das nicht erwarten darf und dass ich Dinge nur dann tun soll, wenn ich so tun möchte, und zwar ohne irgendwelche Erwartungen an meinen Gegenüber. Aber das fand ich auch für mich persönlich ziemlich genial, dass man halt keine Erwartungen an den Gegenüber stellt, dann ist man auch selber nicht enttäuscht und ist auch selber eigentlich viel glücklicher und ausgeglichener. Das habe ich mir auch so festgestellt. Und dass man halt die Dinge halt nur wirklich dann tut, wie man sie tun möchte und nicht, um irgendjemand anders zu helfen, weil da steht dann meistens sowieso dahinter, dass man halt sich selber so beweisen will, dass man ein guter Mensch ist, weil ich ja anderen helfe. Und dann will man halt aber auch das Gesag kriegen und auch dafür sozusagen eine Belohnung kriegen und das ist eigentlich die falsche Denkweise, das funktioniert eigentlich nicht auf Dauer, das steht so dahinter. Das nächste ist von Markus Rotkranz, den dürften die meisten kennen, die sich mit Rohkost irgendwie auseinandergesetzt haben. Also als ich mich mit Rohkost auseinandergesetzt hatte zum ersten Mal, war es die erste Person, die ich über Google gefunden habe. Und ich finde es auch richtig hammer genial, was er zu sagen hat. War eine Zeit lang mal anders. Da habe ich die Dinge noch anders gesehen, aber ich lese das nochmal vor. Aber es sind ganz normale Menschen, die all dies tun. Bedenke somit, es ist nicht nur möglich, die Dinge zu verändern, es funktioniert sogar. Alles was wir brauchen, ist Aufklärung und Inspiration. Die Antworten gibt es bereits, sie sind so einfach, der Wandel hat schon längst begonnen und findet genau jetzt bei dir und zu Hause statt. Es ist egal, wo du anfängst. Wenn jemand für sich etwas verbessert, dann verändert sich alles überall, weil alles miteinander verbunden ist. Das ist ein höheres Niveau, sage ich mal schon, vom Verständnis her. Und dass alles miteinander verbunden ist. Deswegen, also wenn ich das jetzt erklären wollte, könnte das schon eine halbe Stunde oder so dauern. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass das auch so verstanden wurde. Aber zum ersten Punkt von ihm sind halt wirklich ganze Menschen, ganz normale Menschen, die halt die Dinge bewirken. Und es ist eigentlich gar nicht so schwierig, wie man denkt. Das ist eigentlich so eine Programmierung der Matrix, in der die meisten Menschen leben. Dass das Dinge nur mit Anstrengung zu erreichen sein. Und dass Dinge, die total toll sind, total gut sein, dass sie gar nicht so einfach zu erreichen sind. Weil sonst würde das ja jeder machen. Aber im Prinzip macht das nicht jeder genau aufgrund dieser Programmierung. Weil jeder halt glaubt, dass es dann jeder machen würde, wenn das total einfach wäre. Also im Prinzip, ja, müsste man da auch ein eigenes Video drüber drehen. Ich wollte nur kurz dann dieses Zitat oder diesen Auszug halt nennen. Das fand ich wichtig. Und der letzte ist von Kirsten von Pure Raw. Die Zeit bringt uns viel Neues und unglaubliche Möglichkeiten, wenn wir unsere Augen nur offen halten. In jedem Moment werden jedem Gelegenheiten geschenkt, die es zu ergreifen gilt. Also in jedem Moment werden jedem Gelegenheiten geschenkt, die man halt nur erkennen muss. Oft wird es nicht wahrgenommen, welchen Zauber jeder Moment in sich trägt. Viele individuelle Gründe sind dafür verantwortlich. Sei es, weil die Zeit so schnell rennt, wir in unserem Alltag gefesselt sind oder auch einfach nicht danach schauen. Umso wichtiger ist es für mich, die Zeit zwischendurch bewusst anzuhalten und die Magie des Augenblicks zu begreifen. Diese wohnt in jedem Moment inne. Und letztendlich gibt es auch nur das Jetzt. Gut, und jetzt versuche ich nochmal einen Satz über Kopf drücken. Ja, da seht ihr meinen Mülleimer und da die Klamotten. Und ein Ständer für, ja, da habe ich jetzt sowas dran gebastelt. Da packe ich manchmal, das benutze ich als Stativ manchmal. Oder für den Irrigator. Ist eigentlich um ein Becken für Schlagzeug dran zu hängen. Da ist die Hantel. Orangenpiste. Ja, da ist die Hantel. Das sind dann doch nur vier. Mit 60 Kilo. Das waren mal 70 Kilo. Aber jetzt habe ich so eine chaotische Phase. Das wird aber wieder mehr auf jeden Fall. Ja.